Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Together mit den Zeugen und Söndern. Oh, Problem? Okay, ich weiß schon, wer als nächstes sterben wird. Ja, ich habe noch mit zwei Leuten eine Rechnung offen. Ich habe noch mit zwei? Du hast mich Hurensohn genannt und mit dem MC Power LP war noch eine Such-Runde mit Hammer Games, was? Ja, das war nicht witzig. Komm her, du Babbo. Nein, lass mich, lass mich, ich habe 27 Level, komm, lass mich. Ich habe 30 Level. Ich habe 30 Level. Okay, ich lass mich, aber wenn du mich noch einmal Hurensohn nennst. Okay, ich lass es. Weg da an. Weißt du, was dir blüht. Und ich habe mich nur zu verbaut im Haus, leider. Können wir jetzt schon auf irgendein Level entscheiden? Nein. Ja doch, wir können auf ein Level entscheiden. Ich bin 22. Ihr braucht mal noch ein paar Bücherregale. Ich will mal meine 30 Level loswerden. Ich auch. Ich bin nur Level-Lewist. Ach, ich denke, ich verzaube jetzt einfach was mit Level-Lewist. Ich könnte auch was auf Level 22 entscheiden, aber da kommt nichts Gutes bei raus. Doch, kann auch gut sein. Ja, kann. Daniel! Ich habe noch einen Pfeil, den werde ich nicht für dich verschwenden. Ich hab noch 3 Pfeile im Mora. Und eigentlich solltest du ja noch sterben. Nein, ich hab 30 Level. Nach den 30 Level können wir uns gerne regeln, aber jetzt nicht. Er hat was verbockt, weshalb er auf jeden Fall noch einmal sterben wird. Du musst auch mal erklären, was ich falsch gemacht habe. Ich mach nichts. Frieden. Frieden. Kriegst schon noch irgendwann mein Troll. So richtig fetten, aber erst wenn dein Host fertig ist. Aber, ja. Warte ich mal ganz kurz. Und ich werd mir erst mal nen Chip reinschieben, denn die sind richtig lecker. Aha. Wie sich das gerade angehört hat. Ich werd mir erst mal nen Chip reinschieben. Ich bin nicht so pervers und zweideutig wie der Beider. Oder er sagt, du Dani. Ich bin nicht pervers. Meine Freundin hat ja auch mal geschrieben, mein Schatz ist nur ganz leicht pervers. Das hab ich gelesen. Alles. Ach ja, die Looten. Ja. Und Chris, wie läuft's? Bei deiner Freundin? Chris? Hallo. Flühlein. Chris. Okay, ich glaub bei er ist irgendwie... bewegt er sich noch? Hm. Ne. Er wird glaub ich nichts mehr sagen im Skype. Doch, hallo. 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 Jetzt hätt ich ihn töten können, Dani. Ach, scheiße. Ich hätt doch einfach so... und so, ne. Chris, hast du unsere Frage gehört? Hä, nein, welche? Ah, wie läuft's mit deiner Freundin? Mit welcher Freundin? Ja, der eine Hand. Hä? Äh, warte du. Was? Was schlauerscht du? Was schlauerscht du? Ja, das ist grad nur gediskt Chris. Nicht zu mir. Diskriminiert. Heißt das. Von mir aus. Hm. Diskriminiert. Äh, dis... He dis... Äh, she discriminated mich. Nein, ich bin keine Disc. Ich habe discriminated. She discriminated mich. Ja, scheiße. She discriminated mich. Ist so. Ist so. Ist so. Ist so. So, ich werde jetzt meine... Komplett geheime Kiste machen. Eine komplett geheime Kiste ist schon komplett geheim. Ich habe auch eine, aber... Da sage ich euch nicht, wo die ist. Soll ich mal ein paar Kühe tüten? Ja, mach mal. Aber ich habe dann nicht mehr viele. Ja, und bitte trotzdem. Okay. Dann lasse ich zwei Babykühe am Leben. Ne, mach es nicht. Vor allem erst mal noch die großen einmal. Ja, habe ich schon gerade. Deswegen ja. Lol, ich hatte nur noch eine Holzachse. Sonst habe ich gar nicht mehr in den Kisten. Alter, mich hat Babo heute was rausgenommen. Ja, der Babo ist es mir denn schon. So, ich habe jetzt acht Liter. Ich habe hier noch ein bisschen, ähm, Papier. Nein. Nope. Aber wir haben jetzt... Die Zuckeroffarm ist fast wieder voll oben. Lalalala. Dann ist es für mich jetzt mal noch ein bisschen um die Bücherregale. Essen wir jetzt geil. Das mache ich mir jetzt mal ein bisschen. Ich kann dir einen halben Steak Steaks geben. Wow. Ich kann dir 25 Rote geben. Das liegt daran, da ich mal auf meiner Reise die ganzen Kühe immer getötet habe. Okay. Na, ich kann mir einfach ganz kurz hier vom Feld ein bisschen was nehmen. Es ist gut, dass unser Feld schon so weit ausgebaut ist. Jo. Ich brauche weiter Holz. Mehr Holz. Ja, ich brauche unbedingt auch mehr Holz. Das wird richtig viel Holz fressen. Ja, ich brauche noch mehr Holz. Und ich brauche Cleanstone. Also wenn jemand Glutmine war und Cleanstone hat... Nein. Ich gucke jetzt nicht. Ich liebe es gerne. Warum habe ich mich nicht auf Beschäftigt gestellt? Scheiße. Das habe ich auch vergessen. Egal. Scheiße, ich auch. Er hat mich gefragt, ob ich da bin. Ich habe heute einfach meinen... Professionalität en masse. Okay, ich stelle mich jetzt auf Beschäftigt. So. Beschäftigt. Ich bin schon längst auf Beschäftigt. Manuel hat mich angeschrieben. Ich meine nicht so richtig, ob ich auf Beschäftigt stehe. So. 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 Ach, ich habe ja noch eine Eisenspitze. Ach, ich habe ja noch Papier. Ich bin so blöd. Ganz ehrlich. Ja, das bist du. Das ist das. Das ist das. Sind wir uns alle einig. Endlich sind wir uns alle einig. So, jetzt kommt jemand mehr in das Haus hier. So. Jetzt habe ich 10 Bücher. Ja, das epische Loch von... Ich werde auch kurz mein Tech-Tripp ändern. In das Herr Sommer. Medi. Ja, denn es ist gerade Sommer draußen und viel zu krasser Sommer. Ja, es ist übelster Sommer. Ja, richtig scheiß heiß. Also... Scheiß Sommer. Es ist angenehm Bart, sondern richtig scheiß heiß. Scheiß heiß. Oh, das hat sich gefallen. Krass. Wow. Medi Evil sieht ja richtig awesome aus. Ich habe noch drei Bücherregale. So toll. Wie sieht sie mega awesome aus. Wie soll ich ihn hinstellen am besten? Äh, ich stelle hier einfach irgendwo hin. Hier. Hier. Und da. Ja. Wir können auf 26. Jetzt? Auf 28. Auf 28. Da fehlt nur noch ein Regal, oder? Dann können wir auf 30 entscheiden. Also zwei Bücher fehlen noch. Zwei Leder heißt das. Äh, nein. Sechs Leder. Wieso sechs Leder? Ich habe ein Buch noch. Ach so. Wir brauchen nur noch zwei Bücher. Also ein Bücherregal fehlt noch. Ja. Dann können wir auf 30 entscheiden. Ja. Das wäre ja richtig geil. Ungefähr. Okay. Dann gehe ich mal noch eine Kuh töten. So. Und dort. Mein schönen Shader. Ah. Ich knallt die Sonne. Schön. Jetzt werde ich nochmal das Texture Pack changen. Und noch ein Chip essen. Denn ihr müsst wissen, ich liebe Chips. Ja. Werken wir. Du magst auch Kekse. Also wie geht das an? Sehr normal. Lol. Das Texture Pack sieht ja kacke aus. Echt? Hast du es selbst erstellt? Nee. Hab ich nicht. Ach so. Dann sieht es ja wahrscheinlich aus. Was soll das denn heißen? Das ist irgend so ein Texture Pack von... Das sieht richtig scheiße aus. Soll ich mal als MC Power LP Texture Pack nutzen mit Shader? Warte mal. Shader. Ja. Alter. Das sieht ja so richtig. Nicht nur ein paar Shader. Ich muss den App mit Faithful wechseln. Denn Faithful ist einfach leider geil. Mann, jetzt finde ich keine Tool hier. Leider geil. Tool. Die Sonne bei deinem Texture Pack ist so geil. Vor allem mit Shader. Meinst du meinen Texture Pack? Jep. Ha. Dankeschön. So. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Tannenholzfarben gehen. Jo. Ich brauche ganz, ganz viel Tannenholz um mein Haus zu bauen. Jo. Und in zwei Minuten ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Nee. What? Laut meine Timer. Meine Stoppuhr läuft immer noch von Assassin's Creed. Das steht jetzt schon bei 34 Minuten und 36 Sekunden. Uh. Äh, Leute. Eine Frage. Hat jemand von euch ganz viel Cobblestone? Ähm. Ich glaube, ich werde Shader raus. Kann der wahrscheinlich ein bisschen was anbieten. Aber ich bin gerade von zu Hause away. Away. At home. Meine Kisten guckst du nicht? Weil ich brauche richtig viel Cobblestone. Also ich will ein bisschen an der Fassade rücken. Ich habe höchstens einen Stack mehr. Werd ich wahrscheinlich auch nicht mal. Reicht glaube ich schon, eh. Ja, gut. Dann werde ich jetzt ja immer noch ein bisschen Farmen oder ein bisschen Skrubminen. Vielleicht sag ich mal Skrubminen. Können wir schlafen? Schlafen? Ja, ich bin jetzt zu Hause wieder. Nur das blöde ist, wir haben keine... Hatte ich nicht mal ein Bett irgendwann? Ja, stimmt ja. In unserem Haus. In unserem Gay-Haus. Ja, in dem kleinen Scheißhaus. Ey. Achso, Scheiße. Tür auf. Ja, ich fass nicht solche Tür. Auch wenn du mich schlägst. Du hast noch 30 Level. Du hast noch 30 Level, deshalb bist du nicht gestorben. Hey. Loll. Ich steh... Alter. Du Gaylord. Loll. Ja. Fail. Was? Alter, hör auf. Hast du mich gerade geschlagen? Ich hab mich nicht geschlagen. Ich hab mich nicht geschlagen. Es war ein Skrubminen, was da drin stand. Ja, total. Loll. Ich glaub's mir jetzt nicht. Ey, jo, die Folge ist dann gleich zu Ende, ne? Alter, baut da so ein hässliches Haus. Ja, hier. Direkt vor mir. Da steht ein 2L3Loot drin. 2L3Loot? Nein, jetzt nicht mehr. Ja. Okay, ich kann wieder eine Kuh töten. Ja. Und? Töte die Kühe. Hab ich jetzt überhaupt noch eine Kuh? Ah, puh. Schaff mal rein. Gut. Das ist ja übelst mit der Fail da, wenn du jetzt alle Kuh tötenst. Ja. Reicht mir 2 Stacks? Mehr kann ich dir nicht geben. Das reicht vollkommen. Super. Fältest du mich auch nicht? Einmal sterben wirst du noch, aber nicht diese Folge und nicht mit 30 Leveln dafür. Okay. Dann geb ich dir gerne 2 Stacks. Weil dann hätte ich dich nach dem Entschaden getötet. Deshalb wirst du jetzt aber nicht sterben. Oder wahrscheinlich gar nicht mehr. Vielleicht nur irgendwann mal in Hangar Games privat so als kleine Sache. Nein. Aber nicht mehr im Dead Play wahrscheinlich. Brauchst du eine Rolle? Äh, noch nicht. Äh, Rotten. Später vielleicht. Auch nicht. Ich brauche eigentlich nur Holz und viel Karpfen. Jetzt farm together. Welches Holz brauchst du? Ayo. Dunkles Holz. Ich baue mit dunklem Holz. Äh, nein. Clever. Doch, logo. Clever. Logisch. Hm. Oha. So. Ich würde sagen, wir behalten einfach hier die Folge. Nein, die ist noch nicht rum. Du wirst noch Kühe finden. Ich gehe... Doch, die ist schon rum. Ja gut. Ich gehe dann in der nächsten Folge wieder Kühe jagen. Naja. Vielleicht wird die Folge auch so kurz, weil die kommt mir gerade extrem kurz vor. Deswegen katten wir vielleicht gerade irgendwo etwas hinten ran. Ich nenne das jetzt. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein. Schöp. Ich gehe jetzt mal hier. Schöp. Vielen Dank.